In Deutschland leben derzeit rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz. Viele Menschen haben einen Demenzerkrankten in ihrer Familie oder in der Nachbarschaft. Guten Tag Frau Schmidt, ist Ihnen nicht kalt? Oft begegnen uns Menschen mit Demenz im Alltag. Guten Tag, ich möchte 10 Mark abheben. Die meisten Menschen wissen nicht, wie sie sich Demenzerkrankten gegenüber verhalten sollen. Sie können die Betroffenen nicht unterstützen, wenn diese Hilfe benötigen. Zum Beispiel, wenn sie die Orientierung verloren haben. Ich muss nach Hause. Und wo soll das sein? Oder sich merkwürdig verhalten. Ich habe es eilig. Ich muss doch in die Schule. Wenn Sie einen Termin vergessen haben. Frau Schmidt, Sie haben Ihren Termin doch erst in einer Woche. Oder die richtigen Worte nicht finden. Ich muss doch meine, meine, na Sie wissen schon, meine Socken abgeben. Sie möchten mehr über Demenz erfahren und sich im Umgang mit den Betroffenen sicherer fühlen? Dann werden Sie Demenzpartner. Demenzpartner besuchen einen 90-minütigen Kompaktkurs Demenz oder eine vergleichbare Informationsveranstaltung in Ihrer Nähe. In diesem Kurs lernen Sie Grundlegendes zum Krankheitsbild. Zum Beispiel zu den unterschiedlichen Formen von Demenz und deren Symptomen. Vor allem aber erfahren Sie, wie Sie den Umgang mit Menschen mit Demenz gut gestalten können. Warten Sie. Wir fielen schon heraus, wo Sie wollen. Erzählt uns doch bitte noch einmal, wie ihr euch damals kennengelernt habt. Sie können gerne 10 Euro abgeben. Soll ich Ihnen eine Jacke holen? Ist doch viel kälter heute als gedacht. Die meisten Menschen mit Demenz sind 65 Jahre alt und älter. Aber auch jüngere Menschen sind betroffen. Und die Zahl der Erkrankten nimmt zu. Deshalb geht das Thema uns alle an. Denn Menschen mit Demenz brauchen ein informiertes und sensibles Umfeld. Besuchen Sie eine Informationsveranstaltung und werden Sie Demenzpartner. Oder ermöglichen Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Besuch eines Kurses. Damit Sie und die Betroffenen sich sicherer fühlen. Auf unserer Internetseite www.demenzpartner.de finden Sie kostenlos Kurse in Ihrer Nähe. Sprechen Sie uns gerne auch persönlich an.